Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Robby und heute reden wir über das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich hoffe, das bleibt unter uns. Das klackert die ganze Zeit schon, ne? Ja, so heißt das Ding. Also ich erzähle im Prinzip nichts, was du nicht schon weißt. Intro. Ja, willkommen zurück zu einer der ersten, der ersten Folge von meinem Persönlichkeitsentwicklungs-Dienstag. Jeden Dienstag rede ich jetzt mit euch über Persönlichkeitsentwicklung und versuche das Ganze, nein, und packe das Ganze in drei Minuten. Jeden Dienstag gibt es also Persönlichkeitsentwicklung in drei Minuten für dich. Fangen wir also an direkt, ohne wenig drum rumzulabern, was ist das ganze Persönlichkeitsentwicklungsthema und warum bin ich überhaupt der Typ, der dir was darüber erzählen darf. Ganz einfache Sache. Ich zeige euch einmal, wie ich das Thema Persönlichkeitsentwicklung überhaupt kennengelernt habe. Denn eigentlich war ich jemand, der einfach so sein Leben gelebt hat und gedacht hat, Erfolg ist irgendwas, was eventuell passiert oder auch nicht passiert. Man gewinnt vielleicht im Lotto oder auch nicht im Lotto. Man hat eventuell Glück in seiner Beziehung oder auch nicht. Oder man erwischt eventuell einen guten Lehrer oder auch nicht. Man hat eine tolle Schule oder auch nicht. Fliegt nicht unbedingt von der Schule, wie manche von uns. Oder man hat einen tollen Job oder man hat eventuell keinen tollen Job. Dann ist meistens der Chef dran schuld, nicht ihr. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, Mensch, es gibt aber Menschen um mich drum rum, die haben ein erfolgreiches Leben. Warum haben die das? Wie haben die das gemacht? Und dann bin ich zu denen hingegangen und dann habe ich die interviewt und habe mich von denen coachen lassen. Und diese ganze Mentoring-Geschichte und bla 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 bla. Und die nehmen dafür unfucking fassbar viel Kohle. Und ich nicht. Ich mache es direkt umsonst für euch. Ich hoffe, ich kriege von denen nicht irgendwann mal noch den Deckel dafür. Aber das ist auch nicht schlimm. Persönlichkeitsentwicklung ist also kein Glück, beziehungsweise Erfolg ist kein Glück. All das, all diese ganzen Themen, zeige ich euch einmal, wie ich das kennengelernt habe. Also es gibt wohl so ein paar von diesen Leuten nennen das Wheel of Life oder Lebensrad oder da gibt es halt ganz viele Bezeichnungen für. Das heißt, unser Leben als Modell dargestellt ist so wie ein toller Stift. Sieht so aus. Ein Rad, ich hoffe, kann man das sehen. Ja, boah, ich mal nochmal nach. So, wenn das euer Leben ist, dann gibt es das Leben aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Und ich, boah, wie der malt. Also ein Bereich zum Beispiel hier ist Beziehung. Dafür male ich mal ein Herzchen. Schön, Robby. Schau, das Herzchen. Und ein Bereich ist Geld. Dann male ich mal hier ein... Nächstes Mal erinnert mich dran, einen anderen Stift zu holen. Ist ein... So, hier ist ein Herzchen. Das ist zwar kein Flipchart-Dingern, aber das soll ja nicht euer Problem sein. Gut, also könnt ihr erleben, dann aufteilen den einmal in den Bereich Beziehung und dann in den Bereich Moneten und dann in den Bereich Fitness. Dafür mache ich ein Symbol, das aussieht wie ein F. So, Fitness. Nee, F ist, wow. Fitness und dann, was haben wir hier? Beziehung, Kohle, Fitness und... Beruf. Beruf. Nehmen wir Beruf. B für Beruf. So, und jetzt soll man sich selber dafür von 0, also Punkte oder ein Punkt ist hier unten und 10 Punkte sind hier oben und dann soll man sich selber bewerten und dann sagen, oh, pass mal auf, beziehungstechnisch habe ich es richtig drauf. Ich und meine Alte, wir sind... Boah, wir sind... So, jeden Morgen, wow. Jeden Abend, wenn wir schlafen gehen, wow. So, und dann bewertet ihr euch, ja. Also ihr gebt euch für die Beziehung Punkte. Sagen wir mal, ihr nehmt einen Durchschnitt, nehmen wir die 5. Dann liegt ihr beziehungstechnisch ungefähr hier. Und dann für die Dollar, wie sieht es bei euch so finanziell pinke-pinke-mäßig aus? Habt ihr alles im Griff, sagt ihr, das ist mein Balance. Oder sagt ihr, ich nehme die 20er schicken McNuggets mit diesem Coupon. Das muss für den Rest der Woche reichen. For example, sagen wir, finanziell sieht es nicht ganz so fresh aus. Geben wir uns ne 3 hier. Und fit, wie fit seid ihr? Fit wie ein Otter, ja. Also Fitnessstudio dreimal die Woche, läuft richtig bei mir. Bam, Men's Health ruft immer an und ich sag, ne, macht ihr immer selber eure Fotos. Sagen wir, gib uns mal ne 8, so, guck mal hier, boah, toll, hier ist die 8. Und berufstechnisch liegen wir so im Mittelmaß, geben wir uns auch ne 5. Weil wir haben einen ganz guten Job, Chef ist so, hm, Urlaub geht so gut, dreht sich so. So. Und jetzt sollte das Rad des Lebens ja rund laufen. Und jetzt stellt ihr vielleicht schon fest, naja, diese Bing-Dong-Bing-Bong-Bong-Bong-Bong die ganze Kiste läuft nicht rund. Und jetzt gehört es in der Persönlichkeitsentwicklung dazu, diese Dinger hier rund zu kriegen. Zu sagen, pass mal auf, beziehungstechnisch, wie kann ich mich da weiterbilden? Was kann ich da lernen? Von wem kann ich lernen, wie so ne gute Beziehung funktioniert? Habt ihr vielleicht in eurem Umfeld Leute, wo ihr sagt, Alter, die haben ne krasse Beziehung, wie kriegen die das hin? Warum lachen die immer? Warum sind die schon 180 Jahre zusammen und das ist immer noch irgendwie cool. Und wir sind schon drei Wochen zusammen und das schmiert dich kaputt, Alter. Warum? Wo liegt das, ja? Und dann kann man da in dem Bereich Beziehung was lernen. Und dann könnt ihr gucken, was könnt ihr von wem über Geld lernen, ja? Und dann könnt ihr gucken, was könnt ihr von wem über Fitness lernen. Und Persönlichkeitsentwicklung ist dieser ganze Ball. Das zählt alles rein, ja? Also nicht nur Yoga jeden Morgen. Warte mal, ich kann ne Yoga-Position, kann ich... Ne, das zeige ich euch im nächsten Video. Oder? Ja, pass auf, ich zeige es euch. Also jeden Morgen mache ich mal so und dann gucke ich so... Ja, pass auf, jetzt riecht sie los. Und das mache ich jeden Morgen. Und wenn mir dann langweilig ist, mache ich den hier. Ich hoffe, das bleibt unter uns. So, jetzt habt ihr auf jeden Fall gesehen, Yoga ist auch noch ein Bereich in diesem Wheel of Life und Ernährung und man kann das um viele Sachen erweitern. Und ich erzähle euch jeden Dienstag etwas zu einem anderen Bereich, was ich von wem in welchem Bereich gelernt habe. Und ich mache das Ganze schon seit neun Jahren. Boah, das ist ne Menge. Ja, ich habe mir vor neun Jahren mal den Rücken gebrochen und dann habe ich gedacht, Junge, da musst du was ändern in deinem Leben. Ja, und das habe ich gemacht. Und weil ich vorher so viel gestruggelt habe und immer alles... Ich war jetzt nicht so ein Pessimist, aber es war halt schwer. Ich habe immer auf die anderen geguckt und gedacht, wie machen die das? Warum läuft das bei mir nicht? Ja, und ich mache diese Reise seit neun Jahren und ich habe da eine Menge gelernt und das teile ich gerne mit euch. Ja, weil dann ist das Leben... Ja, dann macht's Bock, dann ist es gut. Ja, dann müsst ihr immer in Deckung gehen, weil dann schießt euch die gute Laune aus der Nase, den Ohren und allen anderen Gliedern und die Lotto um euch drumherum sagen. Was ist mit dem? Und ich sage, kannst einen Schluck haben. Ja, gut. Ich werde euch dabei helfen. Jeden Dienstag, 12 Uhr, gibt's eine neue Folge. Bis dahin würde ich sagen, ich habe noch gar kein Outro. Nein, muss ich mir noch ein Outro einfallen lassen. Bis dahin würde ich sagen, passt auf euch auf. Denkt dran, ich habe euch lieb. Wir rocken das Ding. Tschüss. Ihr seid ja immer noch da. Ja, komm, jetzt machen wir mal was. Ja, komm, ist Schluss. Vicky, ich freue mich auf euch. Bis nächster Mal.